Wie hältst du es mit dem Küssen? Küssen, denkst du jetzt vielleicht gerade? Was meint er hier gerade? Küssen? Habe ich Küssen gehört? Das Wort Kuss, Küssen. Und ich meine hier Küssen nicht nur intim oder außerhalb der Intimität. Das ist ja das Typische, dass wir uns küssen, wenn wir intim werden oder bevor wir richtig intim werden. Aber hier ist gemeint nochmal was anderes. Eben nicht nur intim oder das Näherende der Begegnung. Auch hier wieder das Begegnende. Ich habe es jetzt gerade im Vorartikel auch besprochen. Wir brauchen Begegnung und auch sehr dichte Begegnung. Und das Küssen ist ein Aspekt davon. Kann ich jemanden küssen, ohne ihm zu nahe zu treten, zu intim zu werden, zu anzüglich werden, zu grabschig zu werden und all das? Wir kennen es in Kulturen, Küssen ist ja auch teilweise sehr ritualisiert. Wenn du jetzt französische Kultur hast, ich lebe an der französischen Grenze in Südwestdeutschland. Und da ist es durchaus üblich in Frankreich, dass man so angedeutete Küsse in die Luft macht. Dreimal auch links, rechts und nochmal links. Aber nur angedeutet in die Luft finde ich ein bisschen bedauerlich. Ich habe jetzt kein Problem damit, jemanden nochmal auf die Backe zu küssen. Möglichst jetzt nicht im Schmatzer, also nass, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber mein Gott, es kann auch nass sein. Wir wollen jetzt mal Corona und Pandemiebedingungen wegrechnen dabei. Und dann hast du jemanden geküsst oder auf die Stirn geküsst. Ich bin mal meiner Putzfrau frühmorgens begegnet in dem Haus, wo sie unter anderem auch meine Wohnung geputzt hat. Und die Frau fand ich immer interessant. Und dann kam ich spontan auf diese Idee in dieser Morgendämmerung hinter dem Vorhang der Frau, dieser Putzfrau, dieser gemochten, von mir gemochten Putzfrau, einen Kuss auf die Stirn zu geben. Und daraufhin hat sie als Reaktion, das fand ich so toll, mir ebenfalls einen Kuss auf die Stirn gegeben. Und dann sind wir auseinandergegangen. Es war ein unheimlich schöner Event dieser frühmorgendlichen Begegnung von einem anderen Menschen, für den du Sympathie hegst. Und sie hat das ja für mich auch gehegt, das wusste ich oder habe ich ja gefühlt, das ist interessant. Das geht natürlich nur bei Menschen, mit denen man tatsächlich sympathisch drauf ist. Also die du einfach magst oder dem du mal signalisieren möchtest durch diesen Kuss, ich habe dich gern, aber ich gebe nichts aufs Ganze. Die Frau war verheiratet, ich hatte eine Beziehung, das ist gar kein Thema. Aber küssen können wir uns auf die Art und Weise. Ich kann auch jemanden nicht nur auf die Backe küssen, auch auf den Hals, das ist okay. Oder bei einer Massage jetzt gerade in dem Artikel, den ich vorher gemacht habe, innerhalb einer Kuschel, sogenannten Kuschelbegegnung und da gibt es noch andere Ausdrücke dafür. Aber eben nicht das Intime, das typisch Intime, das ist unterbrochen, das ist ganz wichtig. Ein Kuss, die Haut küssen, nicht ablecken, nicht abschlecken und so weiter und das nicht. Aber eben doch küssen und das hat außerordentliche Wirkung, weil der Kuss ist in unserem Leben etwas ganz Elementares. Der Kuss ist ja nichts weiter als die frühe Mutterbrust, die da ist. Und wer sich in Sexualität auskennt und hoffentlich kennt ihr euch in Sexualität aus, weiß eben, dass das Saugen an der Brustsaugen eben auch als intimer Akt üblich ist und mehr oder minder gelitten ist. Von den einen gemocht, von den anderen vielleicht nicht so sehr. Aber da ist ja auch das Automatische, dieses leckende Begehren, dieses Sich-Einsaugen, das Saugen als orales Grundbedürfnis in unserem Leben. Und daher kommt es natürlich, das ist das Näherende daran. Aber mit Küssen können wir relativ viel anfangen oder sie unterschiedlich gestalten und sie vor allen Dingen im Zaum halten. Das ist eben nicht so, dass du dann, wenn du den ersten Kuss gibst, und das ist ja für jeden ein wundervolles Erlebnis, deine Angebetete, dein Angebeteter, dann plötzlich der Kuss da ist. Ich erinnere mich da unheimlich gerne dran, an diese Kussmöglichkeiten, was natürlich ein großes, tiefes Begehren in dir dann auslöst. Und dann willst du mehr. Und du willst einbringen und all das, das ganze Programm, die ich es gerne nenne in der Hinsicht. Aber das ist es hier nicht. Sondern ich kann sehr nah sein, nicht in dem typisch intimen Sinne, in der Grenze und auch in der Absprache der Grenze, und dem gegenseitigen Einverständnis der Grenze und dadurch sehr viel erfahren. Aber ich wahre trotzdem die Intimitätsgrenze und bin dadurch eigentlich sehr zufrieden. Und was ich erlebe gerade in den letzten Jahren ist, dass wir in einer starren Nicht-Berührungswelt leben, auch leben mussten oder Angst hatten, uns zu berühren als Menschen, weil es vielleicht verboten erschien. Es war ja nicht wirklich verboten, aber vielleicht problematisch aus infektiologischer oder infektmäßiger Thematik in der Hinsicht. Und dass dadurch ein großes Leck bei vielen Menschen entstanden ist. Ein großes Bedürfnis, mich fest keiner mehr an, ich kann nicht mehr nah sein. Und dann bleiben uns nur die Gespräche übrig. Mit Abstand, mit 1,50 Abstand und so was. War ja schon eine grausame Zeit. Und wir wollen mal hoffen, dass das nicht mehr so kommt in der Art weltweit. Aber deswegen wünschen wir uns auch die Nähe. Und da müssen wir Wege finden und können Wege finden, uns sehr nahe zu begegnen als Menschen, aber eben nicht das typisch intime Programm laufen zu lassen und uns trotzdem gut zu fühlen. Das muss ja nicht der Kuss sein, der wie gesagt nur in der Luft angedeutet ist. Es gibt ja zum Beispiel auch in Russland oder in den Ostblockländern auch von Europa, nicht Ostblock, Quatsch, in den Ostländern von Europa durchaus die Tradition in diesen Kulturen, dass sich auch Männer küssen. Auch mal abgesehen davon, dass Männer Hand in Hand gehen in anderen Kulturen, sich an der Hand nehmen. In asiatischen Kulturen beispielsweise. Also es ist ja vollkommen okay, ohne dass es anzüglich ist, ohne dass man gleich schwul wird als Mann zum anderen Mann, sondern einfach die Nähe dadurch ausdrückt. Und das macht sehr viel aus. Zum Beispiel in der Masai-Kultur. Das fällt mir gerade ein in der Form. Und so ist es mit den Bruderküssen. Ein Brechenwerf hat einen ordentlich dicken Schmatzer dem braven Erich Honecker gebracht oder so. Wenn man diese Bilder noch sieht, die da ja waren und die auch in der Öffentlichkeit waren, dann ist es einfach üblich, sich so abzuküssen im Gesicht. Auch unter Männern. Und Männer und Frauen und Frauen in der Art, um einfach zu signalisieren, Hallo, ich bin da, wir sind da. Ja, du bist mir recht so. Du bist mir lieb so. Immer vorausgesetzt, ich mag jemanden. Man mag sich einigermaßen gegenseitig. Und da müssen wir es ja nicht nur bei diesen angedeuteten Grußritualen lassen, soweit wir uns überhaupt noch grüßen. Ich finde es ja schon mal einen Vorteil, dass wenn man sich begegnet, ich gehe nachher wieder ins Hallenbad, ins Schwimmbad, dass man sich da begrüßt. Und froh ist, dass du wieder jemandem begegnest, der da auch im Wasser rumplanscht wie du. Das ist ja schon was wert. Oder wenn wir ein Lächeln drauf haben und all das. Aber es muss ja nicht nur bei dem Lächeln bleiben oder bei der Begrüßung, sondern wir können noch näher kommen, ohne wie gesagt die Intimitätsgrenze zu überschreiten. Weil das natürlich Folgen hat, Verstrickungsfolgen, wie ich jetzt in dem Audio vorher geschildert habe. Und sehr nahe sein. Und das ist in Ordnung so. So können wir miteinander umgehen. Und da geht es uns allen besser, würde ich mal sagen. Da haben wir dieses Bedürfnis nach Nähe, das wir so dringend brauchen, nach nähernder Begegnung. Ich nenne das gerne nähernder Begegnung, diesen Bedürfnis Rechnung getragen. Und sind einfach froh und sind zufrieden und können das andere machen, was wir sonst auch tun. Also in unseren typischen Beziehungen sein zu Menschen, in unserer Ehe sein und so weiter. Also diese Unbefangenheit, doch körperlich viel mehr in Kontakt zu sein, zu berühren, nicht eine Geste, eine berührende Geste zu haben, nicht, und gleichzeitig über etwas zu reden, das finde ich so, sie hat es so befreiend, auch von der Schwere, die wir gerade so in den letzten Zeiten und in den letzten Jahren erleben müssen hier alle. Dieses unheimlich Schwere so, wo man das denkt, mein Gott, was ist denn das jetzt, was gerade passiert. Und es ist ja nicht einfach, so mit Lebensthemen umzugehen. Und wenn dann noch das Nahe fehlt, die Berührung fehlt, diese Art von eben Kuss in der Art, dann wird es ganz schlimm. Und viele Menschen sind nur noch in sich gefangen und einseitig drauf und erwarten, dass ihre Partnerin, ihr Partner mit ihnen endlich mal wieder schläft oder zu irgendwas kommt. Oder sie sind eingefahren, wo man merkt, ich möchte mit dem zusammen sein. Aber es ist eher so ein einseitiges Programm. Man scheint da oft verrostet oder eingeschlafen zu sein. Und das ist auch vollkommen normal. Aber insofern kann ich wieder auftauen, wenn ich einfach mehr Nähe zulasse. Wie der Säugling, der saugend auf die Welt kommt und da seine nicht nur körperliche Nahrung erfährt, sondern emotionale Nähe und Nahrung erfährt. Das ist ja das Interessante an dem Oralen. Und wie gesagt, wir haben es ja in unterschiedlichen Kulturen sowieso mehr in dieser Nähe schon, wenn auch in einer gewissen Weise ritualisiert. Aber es kann mehr zur Kultur werden, zu einer Begegnungskultur werden. Genauso wie das Dicht zusammen, diesen Artikel, den ich gerade vorhin gemacht habe. Aber nicht eben verstrickt und nicht intim, sondern unter der Achtung der Grenze. Und das macht ja ein Mensch auch sehr attraktiv, wenn du weißt, du kannst nicht weitergehen, jetzt so selbstverständlich oder ohne weiteres in diesem Automatismus, sondern es wird unterbrochen. Und das ist interessant. Das macht so etwas Begehrenswertes, das ich nicht vollkommen haben muss und kann. Das ist interessant. Und so können wir sehr nahe sein. Küssen, aber eben, oder nicht nur intim, oder das Nährende der Begegnung. Platz 1. Untertitelung. Vielen Dank.